Das Interview von René Klingenburg schlug wie eine Bombe im Umfeld des FCK ein. Um 19 Uhr veröffentlichte der Fernsehsender Sport1 den Dialog mit dem 29-Jährigen, der nach knapp sechs Monaten Vereinslosigkeit zum Rundumschlag ausholt. Dabei bemängelt er fehlenden Respekt im Fußball und erhebt gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen Dirk Schuster und George Zimmer. Er sei von Zimmer verraten worden, was genau er damit meint, bleibt sein Geheimnis. Zudem hätte ihm Dirk Schuster nie eine faire Chance gegeben, da er seine Lieblinge hätte und nicht nach dem Leistungsprinzip aufstellen würde. Gleichzeitig schwärmt er ununterbrochen von Ex-Trainer Marco Antwerpen, der laut Klingenburg nicht entlassen, sondern respektlos rausgeworfen wurde. Ante hätte ihm zeitweise mit einem Außenbandriss spielen lassen, auch wenn er nicht viel trainieren konnte. Ob mit dieser Situation nach Leistung oder Sympathie aufgestellt wurde, kann man im Nachhinein nicht beurteilen. Dass er scheinbar erst jetzt feststellt, wie das Business-Fußball hinter den Kulissen funktioniert, mag den ein unter anderem überraschen. Dafür, dass er von Lügen, Intrigen und Verrat spricht und sich selbst keinerlei Fehler eingesteht, wirkt er in diesem sehr oberflächlichen Interview wie ein motziges Kind, das mit diesem Artikel vielleicht sogar seine Profikarriere in Deutschland selbst beendet hat. Die Zukunft von Nicolas de Preville ist zum aktuellen Stand noch nicht geklärt. Zwar wurde der Franzose am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf offiziell verabschiedet, doch das letzte Wort scheint ähnlich wie bei Leihspieler Robin Bormuth noch nicht gesprochen zu sein. Der 32-Jährige müsse nochmal in sich gehen, da er aktuell in einem Hotel weg von seiner Familie wohnt. Würde er weiterhin beim FCK bleiben, könnte es vielleicht sogar sein letzter Profi-Vertrag sein, da er sich dann langfristig an den Verein binden würde. Gestern Abend berichtete die Bild von einem möglichen Wechsel von Lars Bünning und Dominik Schad zu Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Schad wäre anscheinend die Alternativlösung, falls die Preußen Luca Zander vom FC St. Pauli nicht bekämen. Laut Bild könnte auch Bünning den Verein ablösefrei verlassen, was bei einer Vertragslaufzeit bis 2024 eher weniger Sinn machen würde, außer der FCK würde nicht mehr mit ihm planen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Gerücht bewahrheiten wird. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.